Ich bin der Herr Luxenhofer von der Firma Wagner, bin seit 25 Jahren Schreiner, seit vier Jahren bei der Firma Wagner tätig. Ich bin Schreiner geworden, weil es einfach Spaß macht, abwechslungsreich, einfach ein schöner Beruf. Ich bediene bei der Firma alle Maschinen und bin auch im Bankraum tätig. Ich bin der Allrounder. Wir haben HOMAG-Maschinen, weil sie robust, zuverlässig und ein guter Service dahintersteht. Wir haben seit 12 Jahren HOMAG-Maschinen in unserem Betrieb und seit drei Jahren haben wir ein computergesteuertes Plattenlager, eine neue Nestling, eine neue Kante und eine 5-Ax-gesteuerte Maschine. Unser Ablauf läuft so ab, dass die Platten vom Lieferanten kommen. Dann gehen sie ins Plattenlager, dann gehen sie ins Etikettiergerät und dann zur Nestling. Anschließend zur Kante-Maschine und danach, was nachbearbeitet wird, kommt unsere 5-Ax 10-10. Und danach geht es in den Bankraum, da wird es dann zusammengebaut und anschließend auf Montage oder in den Lackierraum. Die Firma Wagner produziert exklusive Möbel, Objektbereich, Privatbereich, von Anfang an, also von der Planung bis zu DRC-Zeichnen, einfach alles. Die Firma Wagner produziert exklusive Möbel, Objektbereich, von Anfang an, also 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 von Anfang an. Die Firma Wagner produziert exklusive Möbel, Objektbereich, von Anfang an, also 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 von Anfang an. Jetzt from Anfang an, also von Anfang an, also von Anfang an, also von пока, und charmsärztiert exklusive Möbel, Objektbereich und historical Vielen Dank.